Musik Jo moi Leute, heute zocken wir mal wieder, also zweite Runde ist das jetzt für heute, äh, Team Deathmage auf Karachi und, äh, auf Kaschi Ja, genau, auf Kaschi und, ähm, wir haben hier beide jetzt, also Maxi und ich, Mafia, äh, haben mal ne schönen Eisertschild, Noobklasse gemacht hier, haha Haha, war das so ein zweit, war für Spaß, ich hab hier, geachtet in Digakimbo, haha, einfach nur noch so funny gameplay Voll lustig, ne? Ja, ist voll geil, das ist immer vor Campen, schön geschützt wird am Eingang, irgendwo in der Ecke rocken Und das war immer bei Hauptquartier, als ich da hin geguckt hat Aha, 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 okay, los geht's Nee, ich hab gar nicht Spaß, ich hab die Jaa, da, jaa Jaa Oh, Team Deathmage Öh, Akinbo Wo gehen wir denn hin, Kalaus oder Drito, immer Drito, Tempa Drito, 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 und direkt tot, voll Was soll da herkommen? Wo ist der Sack? Boah, ich hab mit der, ah, ah, die ist richtig scheiße, ich hab mir nicht meine Oh, hey, oh, Fuck Oh, Fuck Suck. Haha, du hast das Messer eingekillt. Wow, das war knapp. Okay, macht aber schon mal Bock hier, so ein bisschen Noob-Gameplay. Ey. Spasti. Ey, ich will auch hin kommen. Ist hier recht. Ey, hier ist einer. Wie hol ich den nicht? Ey, ich kann ihn nicht messern. Ich will einmal mit Einzel-Shit killen. Wir sind in Führung! Digga, wer war das denn, ey? Nein! Mit Einzel-Shit. Opfer. Oh, Junge. Ich komm zu dir. Ja, komm her. Oh, Brücken kann das auch tragen. Da kann ich jemand von hinten killen. Ist auch geil. LOL! Oh, die haben wir nicht gesehen. Bam! Tot! Kommt da einer hoch? Ich bin hier. Ich stell mich einfach hier vor. Gibt so viele Punkte, ey. So geil. Bin ich mit keinen Fall da? Hey, da hat mich gemessen, wie das denn? Ich brauch Punkte. Ich bin zwar schon Christi schüttlich. Aber komm. Oh, oh, oh. Gunauch! Na, nein. Ich spiel weiter mit der Kassi ist lustig. Aber mal auf den Tracaksın verkörden. sind Wurfmesser da reinziehen, dann geht es richtig einfach killt richtig viel mehr, ey Guck mal ich bin Dritter ne ich komm wohl nicht auf Wurfmesser voll gechillt, Alter, voll gechillt killt der Nugmich, was nackt, ey lass mal zusammen so ein Hausercamp nur Schwuchtel Ja komm mal hier hin, komm mal wohin hier, ich bin hinter dir oh er ist auch verreckt klar ich bin hinter dir komm mit dir und es hat sich fehlt, weil wir hier so rumspacken nein, ey wenn eine Etage tief war scheiß, haben wir hier so geil komm hoch warte ich komm unten, her nur ich geh hier ne, ich ercamp hier, Alter wie geil ey, warte warte ich kenn mich hier du lockst, du stell dich auf den Brunnen und lockst die nein, da kommen die von hinten und gehen nämlich nein, da war doch voll im Blick da ja, das war doch so geil, Alter, komm, die da hinten hab ich, wenn einer reinkommt Junge, den hab ich doch, wenn einer kommt, komm vorne okay das war so geil ey ich mach mich denn locken hier schieß mal, du hast doch so ne Verschalte Kimbo, ich hab nicht viel Schuss da kommt, da kommt einer, oh, komm doch her, du Wichsgeburt ey da muss ich, da kommt einer über uns glaub ich jetzt ist keiner Alter, wir holen uns noch zu einem Ende, was Alter, jetzt geht er bis 10, äh, bis 10.000, wir haben ja Brunnen-Grippen gemacht, oder? ja oh, lass halt mal raus, ey, komm komm, hier, komm, wir erstellst ja mal den Rücken, Alter haha, guck mal boah, ich hab keine Muni mehr stirb, du Sack boah, klau, wir können uns noch mit den Kiel, ey da ist einer haha, boah die haben mich blockt voll, du blockst mich dann, ey Sack, ey ich bin satt fail fail, Opfer jetzt warte auf, ah oh, hin war da noch einer ah, voll die geile Noob-Runde, ey haha nein nein komm mal guck mal, wo ich gehe, Alter haha nein Sack, Alter nur late, ey so geil, die Runde du siehst boah, nun Blocker du siehst der die kann das ein schwein der spielt die gibt der auf d Sieg, sehr schön und ich glaube wir machen gleich mal eine Nonne-Runde. Bis gleich.